Kannst du in Deutschland erst antworten? In Deutschland? Und dann sagst du das gleiche? Okay. Das ist die Frage. Wie war das Spiel? Ich glaube, es war ein ganzes Spiel, aber ich glaube, dass mein Trainer und meine Team ist. Und am Ende kann ich nicht ein 4-Pont-Kloss machen. Es war unglaublich. Ich bin so glücklich. Du hast deine erste Qualifikation für die Olympia. Wie fühlst du? Das ist meine erste Qualifikation. Es ist überragend. Wie gesagt, so kurz nach dem Spiel, ich weiß noch nicht genau, was ich sagen soll. Aber das wird etwas ganz Besonderes sein in meinem Leben. Es ist unglaublich. Ich kann keine Worte finden, um dieses Gefühl zu beschreiben. Ich bin wirklich glücklich und ich freue mich auf die Olympia. Vielen Dank.